Also wir sind in Lübeck, in den Schuppen 6 und es findet diese lübsche Wienart heute statt. Ich bin Valérie Yves, Hobbykünstlerin und stelle jetzt das dritte Mal hier aus. Also ich stelle Bilder aus und ganz viele Karten für Weihnachten, Geburtstagskarten, maritim oder blumig, alles angemalt. Es gibt Bilder, es gibt Karten, Messer habe ich gesehen, Seifen und Hütte habe ich auch entdeckt. Musik 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 Köln Sie da rein mit den Finger.